Okay, ich bestätige die Squad-Auswahl. Und lande jetzt wieder mit einer wunderbaren Sequenz, die ich immer noch ziemlich geil finde. Gar auch diese wackelte Kamera finde ich gut. Und die Landung des Meckos. An einer wunderbaren grünen Ebene. So, was haben wir denn hier? Gefahrenstufe 1, das weiß ich. Fähigkeit. Fähigkeit? Whatever. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier eine Anomalie, dann haben wir... dort irgendwas. Eine abgeschlossene Aufklärungssonde und ein Trümmer. Ich würde sagen, wir fahren gleich mal zur... Sonde. Was sich... Die sich überraschenderweise hinter einem riesengroßen Berg befindet. Ja, da ist Wasser. Obwohl, wenn ich da hinten langfahre, müsste es ungefähr funktionieren. Aber kann es sein, dass ich die Berge gar nicht erreiche? Doch, 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 müsste ich noch. Es kann ja auch sein, dass es einfach nur die normale Begrenzung ist, dieser Karte. Hier müsste irgendwie Sonde sein. An diesem Berg. Auf diesem Berg. Oder knapp hinter diesem Berg, je nachdem. Ah ja, da unten irgendwo natürlich. So, gut. Einmal aussteigen, bitte. Gefahrenstufe 1. Ja, ja, ich weiß. Wir untersuchen das Ganze. Das ist die Überwachungsdrohne. Aber wo ist das Datenmodul? Du, ich habe keinen Schimmer. Hier liegen auf jeden Fall... Eine affenerliche Kreatur scheint sich mit einem Datenmodul davon gemacht zu haben. Dann machen wir es wohl auf die harte Tour. Ja... Ich sage mal, wir steigen erst mal ein. Und wo könnte diese affenähnliche Kreatur wohl hingelaufen sein? Haben wir... Ach, du großer Gott. Affenkolonie, Affenkolonie. Ich gehe am Stock. Na gut, nehmen wir erst mal die eine Affenkolonie. Moment. Sind wir hier richtig? Ja, wir sind da richtig. Müssen wir jetzt die ganzen kleinen Äffchen töten, oder? Ich hoffe doch nicht. Obwohl, mit uns reden werden wir wahrscheinlich auch nicht. Weil so intelligent sind die meistens nicht. Ist da komische Brockenheit in einer Affenkolonie? Da muss ich doch auch reingehen. Äh... Moment. Kuh aussteigen. Das ist ein geiler Helm mit der Atemmaske. Ich suche. Der Affe hat nichts. Dieser Affe hat auch nichts. Ach, du großer Gott. Dieser Affe hat auch nichts. Das ist auch eine lustige Idee. Der Affe hat auch nichts. Der hat nichts. Der hat nichts. Der hat nichts. Der hat nichts. Und der hat auch nichts. Wir sind also in der falschen Kolonie. Zurück zum Auto. Und zur nächsten Kolonie. Und die Gefahrenstufe ist schon auf die Hälfte gestiegen. Äh... Kurz mal ein Stückchen zurück. Falsch rum lenken. Wenn ich einmal rumdenke gerade. So. Muss ich in diese Richtung fahren? Nein. Das ist keine Abklärung. Affenkolonie. Noch eine Affenkolonie? Ach mein Gott. Ich werde das irgendwie da hinten. Egal. Auf zur nächsten Affenkolonie. Zumindest ist es auf jeden Fall eine sehr lustige Idee für einen Auftrag. Um mich ja Affen zu durchsuchen. Finde ich wirklich cool. Da ist wieder irgendwas. Oben. Warte mal. Ne. Das ist irgendein Erzzeug oder sowas. Na gut. Gucken wir uns das an. Irgendein Vorkomm. Wo auch immer das sein mag. Da oben vielleicht. Ah ja. Das ist nicht gerade eben der Grund. Kannst du hier parken? Ja. Das reicht. Goldvorkommen. Super. Würde ich gerne erkunden. Wir suchen am Mineral. Na. Ach verdammt. Ich will Gold. Schlecht. Ich suche nochmal. Ähm. So. So. Jetzt gibt es komischerweise eine viel bessere Möglichkeit. Aber okay. Schwer Metallvorkommen entdeckt. Sie haben ein großes Goldvorkommen entdeckt. Das ist ja großartig. Ich habe sehr viel Geld bekommen. 920 und ein bisschen XP. 56. Das ist ganz hervorragend. Aber eigentlich wollte ich zur Affenkolonie. Und wieder habe ich irgendeine komische Barker hingesetzt. Oh. Ein bisschen abbremsen mit den Schubdüsen. Und schon habe ich nur noch 96 Rüstungen. Was auch immer. Für meinen Weckhofer. Wie ich gerade links unten sehe. Was man bestimmt noch irgendwie wieder reparieren kann. Wurde mir auch gesagt. In Universal gehen. Aber das will ich erstmal noch nicht tun. Ist das da hinten die Affenkolonie eigentlich? Ja. Fahr mal direkt mal drauf zu. und checken den nächsten Affen aus. Hinter dem Hügel müssen die Affen wohl grenzenlos sein. Na. Wo seid ihr denn? Ach da. So. Schön geparkt. So. Hast du ein Dartmodul? Nein. Hast du nicht. Du. Der Affe hat nichts. Warum habe ich gerade das Ding gezogen? Ach so. Weil ich auf Kugel drückt habe. Du hast auch nichts. Also hör ab Affe. Du hast nichts. Du auch nicht. Du nicht. Du nicht. Du nicht. Und du auch nicht. Na so eine Überraschung. Wieder eine sinnlose Affenkolonie. Den diese Gefahrenstufe 1 überhaupt nichts ausmacht. Ich muss trotzdem mal ein bisschen angucken. Sieht auch ein bisschen creepy aus. Mischen aus kleinen Hunden und Affen. Okay. Ein bisschen geradeaus und ein wenig rechts müsste die nächste Affenkolonie sein. Tatsächlich. Ich hoffe doch bitte nicht, dass es hinter diesen riesigen Bergen ist. Weil ich zweifel irgendwie daran, dass ich da hochkomme. Oh, oh, oh. Meine Güte. Ähm. Dummerweise ist es doch da oben. Ja. Wir kommen da schon irgendwie hoch. Wenn nicht. Haben wir ja diesen lustigen Raketenboden, den wir da haben. Kommst du da hoch und rutschst du da runter. Das wäre ja krass. Ganz, ganz langsam. Das ist natürlich ein bisschen an Gothic 3. Und wenn man ein bisschen geschickt ist, ganz langsam auch die steilsten Hänger erklimmen kann. Und du kommst wirklich hier hoch. Das ist das Wahnsinn. Das Lustige ist, dass du das noch viel höher musst. Aber gut. Ja. Ja. Komm, komm hoch. Schön geradeaus. Hinzu wem Lichtstrahl. Du bist echt ein tapferes kleines Auto. Dummerweise musst du doch gleich wieder hier runter. Also du musst jetzt auch stark sein, mein kleines Mecco. Weil du kennst mich. Ich fahr jetzt da runter. Ich drück aber trotzdem voll, ich fahr mal R5. Gironimo. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du hältst echt viel aus. Ist das geil. Was ist denn das hier eigentlich? Du bist doch eine Affenkolonie. Warte mal. Ich muss noch kurz das Mecco wieder unter Kontrolle kriegen. So. Doch, du bist eine Affenkolonie. Na gut. Und was steht da drüben, kümmere ich mich gleich. Erstmal scanne ich hier die ganzen Affen ab. Nein. Du hast nichts. Du hast nichts. Du hast nichts. Du hast auch nichts. Ich würde ganz gerne mal die richtigen Affen finden. Das wäre ganz schön. Du hast immer noch nichts. Nein. Ich habe Kuh gedrückt. Geben Sie den Befehl. Boah. Meine Güte. Ich stelle die Ashley rum und quatsche mich da voll. Ähm. Erstmal kurz eine Frage. Wo bin ich hier eigentlich genau? Außer bei der Affenkolonie. Ich weiß noch irgendwas anderes. Äh. Erstmal kurz Kuh wieder aussteigen. Denn was hier ist, würde mich nochmal interessieren. Dieser Eingang ist nämlich hier aus, aus, aus Jux und Dallerei. Man kommt sogar hier rein. Mini betreten. Wahrscheinlich sind hier gleich irgendwelche Gäste drin. Die mich platt machen wollen. Zumindest die Gefahrenstufe hier null. Von daher ist es gut. Ja, da ist ein Medizin-Kit. Und hier sind weitere Affen. Ich nehme das Medizin-Kit auf. Okay. Was machen die Affen hier drin? Und ich kann nicht hier dechivrieren. Warum nicht? Äh. Starte manuelles überbrücken. Klar. Äh. Äh. Warte mal da oben. Oder so. Geht auch. So, wir haben hier eine Edge 4 und eine Hurricane 3. Nehme ich gerne mit. Dankeschön. Und hier sieht man übrigens auch mal, äh, die Vorzüge der neuen Texturen. Ganz nebenbei. Bei dieser Container hier wurde komplett neu geschaffen von den Texturen. Also zumindest komplett neu texturiert. Wollte ich mal kurz erwähnt haben. Der Asch, der will jetzt wirklich nicht reden. Die ist mir jetzt hier ein bisschen zu tight. So. F5. Und mal hier lang. Ich wette doch, das verschwundene Datenmodul ist hier irgendwo hier drin. Und die Affenkolonien sind völlig unwichtig. Und wahrscheinlich werde ich gleich irgendwie angegriffen. Und getötet. Eine Eindämmungszelle. Da hätte es auf jeden Fall noch einen Affe. Na, es ist ja hier richtig heimlich. So. Was kann man hier machen? Eine Plastensicherheitszelle. Da kann man also drauf schießen, falls das Geth auf mich zurennen. Das ist ganz toll. Hier ist ein Affe. Hast du irgendwas dabei, mein Freund? Nein, du hast nichts dabei. Aber wir haben hier weiterhin zwei Türen. Du stehst genau vor dieser Tür. Was willst du mir damit sagen? Ich soll tiefer hinab gehen. Wieso habe ich jetzt... ...die Waffe gezogen? Ich habe jetzt garantiert nicht Q gedrückt. Ich habe absolut kein Schimmer herum. Da ist ein weiterer Affe. Noch ein Affe. Äh... Du hast nichts. Das wimmelt ja hier davon. Du hast auch nichts. Und hier gibt es einen Container, den ich wieder mal überbrücken kann. Was ich auch vorhabe. Ähm... So, so. Nein! Verdammt. Verdammt! Verkackt! Ne, ich will es nicht überbrücken mit 20 Universal G. Das ist mir zu hart. So viel habe ich mir auch wieder nicht übrig. Wenn ich es nicht schaffe, dann schaffe ich es halt nicht. Aber hier drüben ist ja noch eine Tür. Ich drücke wieder F5, bevor hier gleich wieder irgendwelche Gäste rausgerannt kommen. Und hier, was gibt es hier? Was mich raten? Affen, ja genau. Hast du irgendwas dabei? Nein, du hast nichts dabei. Ich stehe mir gerade vor, wie ich ein Lieben... Er hat das Datenmodul fallen gelassen. Ja, das ist ja großartig. Habe ich es jetzt genommen? Es ist ein Wunder, dass das Datenmodul noch intakt ist. Joker kann diese Infos an das Allianz-Kommando übermitteln. Ja, prima. Ich habe nicht gedacht, dass er es gerade hatte. Mittelschwere Dechivrierung. Oh, es wird lustig. Oh mein Gott. Äh... Äh... Aber wenn es mittelschwere Dechivrierung ist, würde ich mal sagen, ist was ordentliches drin. Überbringe ich das Ganze mal. Striker 3, Kessler 3 und Skibitar 3. Näm, näm, näm. Ja, nehme ich erstmal alles mit. Dankeschön. Und hau wieder ab. Denn wie alle Minen hier, oder alle Minenkolonien, sind die mir etwas unheimlich hier. Hier wieder raus. Und ich könnte wetten, ich bin blockiert. Ich wollte es gerade sagen. Ich könnte wetten, dass ich gleich angegriffen wäre. Und tatsächlich... ...wäre ich direkt angegriffen. Ähm... Ihr sollt euch vielleicht mal in Deckung begeben. Nicht gerade dorthin. Ich würde sagen, dorthin. Und dort kommen sie schon, die Gäff. So, der Gäff-Frontkämpfer muss kurz mal dran glauben. Die Front ist ziemlich gefährlich, mein Freund. Und der Gäff-Verbüßler wird auch mal ein bisschen verbüßtet. Wird nicht die ganze Zeit hier schön über Hitze und auch... Oh, oh, oh. Zwei Leute sind tot. Ich brauche Medigel. Und der kommt wahrscheinlich da dran gerannt. Ja, jetzt kommt ihr. Ja, der Gäff-Verbüßler macht ganz schön Schaden. So, du bist kaputt. Und der nächste kommt an, der Frontkämpfer. Ganz wunderbar. Leben Ashley und Liara wieder? Nein, das heißt, es ist noch jemand da. Auch der Frontkämpfer muss man glauben. Lebt ihr jetzt wieder? Nein, das heißt, ihr seid noch nicht alle tot. Ach, da hätte es auch noch ein Dreieck. Tatsächlich. Huiuiuiuiuiuiui. Na, komm her. Warte mal, ich könnte doch auch einfach mal... wenn du schon so schön da hinten bist und dich auch nicht vorwachst jetzt wieder alles gut ja meine leute leben wieder alles ist gut ich kann aufhören zu kriechen und blockiert hat jetzt eigentlich speichern schnell schnell beendet alles ist gut nein da ist jemand da ist jemand die scharfschützen das ist ein klasse sicherheit ist ganz toll aber das wir gerade nichts na komm her kommt jetzt hinten raus wahrscheinlich da ist wieder einer hallo ich würde gern schießen komm raus komm raus kaputt äh schnell kannst wieder aufstehen wundervoll so ich hätte gerne einmal die r5 und ich würde ganz gerne übrigens mal dass eure verdammten helme auf oder erhaltene gegenstände dankeschön ihr solltet ihr mal bitte eure helme aufsetzen vor allem jahre wir sind hier mitten im kampf vor allem was soll denn das so gut und am besten so schnell wie möglich wieder raus um eine kiste habe ich ganz vergessen offensichtlich nämlich beides mit auf universale kann es auch noch später reduzieren ich habe es mir keinen nachteil ich da später darauf reduziere aber ich nehme es mal ein nicht komme ich hier raus ja ich glaube ich komme hier raus es wäre schön wenn ich schnell hier raus kommen würde aber irgendwie jedoch hier komme ich tatsächlich alles gut alles ist gut da oben ist der ausgang und dieses luke sieht so ein bisschen aus ob sie gleich in meine richtung gesprengt käme aber das ist offensichtlich der fall ausgangskonsole wunderbar mine verlassen sind die böse leute nein hier sind nur kleine affen das ist okay schüß kleiner affe ich gehe wieder meinen wunderbaren rover beziehungsweise mein mekko und mache übrigens gleich mal einen kleinen schnitt wir sehen uns ich will nicht mit euch reden leute ich will hier einsteigen dankeschön wir sehen uns gleich wieder bis denn dann ciao tschüss sch blockchain A COVID-19 Wettbewerbe Wettbewerbe Wettbewerbe